Willkommen liebe Zuschauer zu einem DeraktionärTV-Interview über die Biotech- und Pharmabranche. Und da darf natürlich eine Dame nicht fehlen und zwar Marion Schlegel vom Anlegermagazin. Hallo Marion, schön, dass du da bist. Hallo Conny. Ja, Donald Trump war in dieser Woche wieder mal ein beherrschendes Thema am Markt. Er hat eine Pressekonferenz abgehalten, eine durchaus fragwürdige Pressekonferenz, auf der sich natürlich auch mal wieder zur Pharmabranche geäußert hat und verbal stark auf sie eingeprügelt hat. Aktien aus den USA haben auch sehr stark reagiert. Wir wollen uns jetzt mal ein paar Aktien anschauen, auf die das hier auch weiteren Einfluss haben könnte. Du hast die Aktie von BB Biotech mitgebracht. Wir sehen hier auch einen kleinen Kursrücksetzer, aber ich überlasse dir mal die Einschätzung. Genau. Donald Trump hat angekündigt, dass er gegen den Medikamentenpreiswucher vorgehen möchte. Ich sag mal, das war ja eigentlich was, was Hillary Clinton im Wahlkampf gesagt hat und was die Branche eigentlich schon im Vorfeld ja stark unter Druck gebracht hatte. Jetzt ist auch Trump auf das Ganze aufgesprungen. Ja, ich muss sagen, man muss letztendlich mal schauen, was dann am Ende dabei rauskommt. Bei den Reden und so weiter ist immer relativ viel und man geht ein bisschen stärker voran. Was am Ende dabei dann rauskommt, ist dann eine andere Frage. Ich denke nicht, dass es jetzt so einen starken Einschnitt geben wird, aber du hast schon gesagt, es hat natürlich die US-Branche, Pharma-Branche vor allen Dingen, aber auch Biotech-Werte stark getroffen. Und BB Biotech ist ja im US-Sektor enorm stark engagiert. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die im vorwiegenden US-Biotechnologie-Unternehmen investiert. Deswegen eben auch zuletzt der kleine Rücksetzer, den wir hier im Chart sehen. Insgesamt denke ich aber, dass es ja gerade auch in der Biotech-Branche eben auf die Entwicklungen angeht und ankommt, sage ich mal. Und das Ganze dann doch nicht so große Auswirkungen haben dürfte, auch für BB Biotech. Was machen jetzt investierte Anleger oder Anleger, die sich für die Aktien interessieren? Wie gehen Sie damit um? Also BB Biotech sehe ich weiterhin als klares Basis-Investment. Da würde ich in jedem Fall investiert bleiben, eigentlich auch auf dem aktuellen Niveau durchaus noch zukaufen. BB Biotech schafft es eigentlich immer wieder, die Branche out zu performen, den Nasdaq Biotech Index sich da besser zu entwickeln. Und wie wir zuletzt gesehen haben, es gab einige positive News aus dem Portfolio von BB Biotech. Und da sieht man, dass sie einfach ein sehr gutes Händchen haben, immer so auf die richtigen Pferde zu setzen. Und ich glaube, dass da auch in nächster Zeit wieder einige positive News kommen sollten, die dann auch die Kurse unabhängig von dem ganzen Außenrum nach oben anziehen lassen sollten. Das heißt, man könnte durchaus mal eine durchaus auch spekulative Position auf diesem Niveau? Auf jeden Fall. Also BB Biotech, denke ich, kann man auf dem Niveau auf jeden Fall auch einsteigen. Da ist gerade mal nicht so Stichwort zu Boden gesegelt, aber ich weiß es, dass wir als nächstes auf die Aktie von Actelion blicken. Auch hier haben wir eine lange Seitwärtsbewegung, dann den Anstieg, den viele Pharma-Werte dann in Reaktion auf die Wahl gezeigt haben. Und jetzt, die Aktie kennt eigentlich auch nur die Richtung nach oben gerade, oder? Richtig. Actelion ist ja eine der größten Positionen von BB Biotech. Seit November eigentlich geht es jetzt massiv nach oben. Der Grund sind Übernahmegerüchte bei der Aktie. Ja, da gab es zuletzt eigentlich einiges. Hier ging es auch mal wieder nach unten. Das ist alles mit den Übernahmegerüchten. Sanofi war mal im Gespräch gewesen. Die sind jetzt raus aus dem Ganzen. Jetzt heißt es, dass mit Johnson & Johnson exklusive Gespräche geführt werden. Es gibt wohl auch schon einen Kurs, also zumindest für einen Teil von Actelion, zu dem man das Ganze übernehmen möchte. Veröffentlicht wurde noch nichts. Gemunkelt wird aber, dass es wohl um die 260 Dollar sein könnte. Das wäre, wenn man es umrechnet auf Euro, so ein Bereich gut von 240 Euro. Also noch ein bisschen Luft bis in den Bereichen etwa, wenn es denn so kommen sollte. Und den Forschungs- und Entwicklungsbereich, den möchte man letztendlich ausgliedern. Da laufen aber momentan noch die Verhandlungen, wie viel das Ganze dann letztendlich wert sein wird. Also bis so im Großen und Ganzen kann man jetzt zusammenfassen, sagst, du redest so den Anlegern, lasst euch nicht ganz so sehr von Donald Trump aus der Ruhe bringen. Die Unternehmen sind fundamental gut aufgestellt und man sollte also keine Panik hier bekommen. Ja, genau. Ganz herzlichen Dank, Marion, für die vielen guten Hinweise. Die Zuschauer, ich denke, da ist wahrscheinlich für jeden was dabei, der sich für die Pharma-Branche interessiert. Ansonsten schauen Sie sich auch die anderen Interviews mit Marion Schlegel und natürlich ihre Artikel auf der Homepage von der Aktionär und natürlich das Heft. Ansonsten sehen wir uns hier dann wieder bei einem neuen Interview.